. Baum fällt! Oh! Ach da. Du hast mich gesucht, wo der Baum fällt, richtig? Mhm, jawoll. Oh, hast du Käffchen auch? Wie weit bist du bei deinem Supermarkt, Lavi? Ich bin jetzt Level 17. Oha! Und hab meinen Laden so vergrößert, dass er jetzt quadratisch ist. Quadratisch praktisch gut. Genau. Oh, schon wieder schlechtes Wetter. Ey, wir wurden hier in England oder so, hä? Ja. Wir haben hier echt englisches Wetter. Oh, guck mal, Guru, erst mal Kaffee für alle. Ich hab festgestellt, dass ich es nicht mitkassieren kann. Da komm ich total durcheinander und, äh... Ja, aber mach doch langsam. Nee. Ich sitze dann da und überlege mir, was jetzt. Und dann, ich hab schon zweimal zu viel Wechselgeld rausgegeben. Ja, das kann passieren. Ja, aber dann wurde ich, äh, beschuldigt zu wenig ausgegeben. Scham. Frechheit, oder? Ja. Also, äh, wenn ich, wenn ich das wirklich privat gespielt hätte, hätte ich mir das ganz in Ruhe alles. Ganz langsam, Stück für Stück. Aber im Let's Play, wenn jetzt da Leute zuschauen, ist das immer was anderes, ne? Das ist immer was anderes, als wenn da jemand zuschaut, ne? Könntest du eventuell beim nächsten Mal laufen den, ähm, Kanister mitbringen? Mhm. Die Säge ist gleich alle. Ja, da müsste da hinten noch am Zaun stehen, wo die ersten Bretter waren. Äh, dass ich, ach, ne, das ist keiner, das ist ein Baumstumpf. Doch, das ist, ach, das war kein Baumstumpf. Hallöche, Monika, einen wunderschönen Samstagnachmittag. Oh, 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 guck dir mal die Flügel an. Ah, das ist ja aber auch geil. Du siehst den Stream leider nicht, ne? Ne. Das sind Herzchenflügel. Ähm, kann ich den noch? Ja, den kann ich auch noch, siehst du. Sag was. Ach, ich stell den mal an den Baum, äh, welcher Baum? Ah. So. Ich hab jetzt nicht mitgezählt, wie viel wir noch brauchen, aber... Äh, keine mehr. Jetzt brauchen wir Kühe. Jetzt brauchen wir Kühe, oh. Aber wir können, die müssen wir ja zu Fuß holen, ne? Ja, ja. Äh, stimmt. Die Kühe müssen wir ja zu Fuß holen. Okay, die Bretter lasse ich jetzt hier liegen. Hm? Warte mal, wir brauchen für die, für den zweiten Käseschrank noch, äh, fünf, ähm, 13 Bretter. Okay, dann hol ich mir noch einen Baum. Wir brauchen, okay, okay, okay. Aber was kostet eine Kuh? Oh, 300, ne, 700, glaub ich. Und wie viel Geld haben wir? Dann nicht genug. Aber eine Kuh könnten wir uns vielleicht kaufen. Eine Kuh. Weil eine Kuh... Eine Kuh... Der andere hat die Waffe. Waffe. Stimmt, ja. Doch, aber kriegen wir die Kuh nicht auf den Anhänger, ne, ne? Kriegen wir nicht, ne? Ich glaube nicht. Weil das ist doch... Wir können ja mal unten ins, ähm... Ach, ins Autohaus gehen und einfach mal nachgucken. Hm, ach ne, wir machen das zu Fuß. Das ist schon in Ordnung so. Wir haben ja auch mal Erlebnisse. Habe eins viel mehr gesehen, der ist Level 83. Alter Vater! Ja. Wobei? Supermarkt wahrscheinlich. Wir haben ja nur über den Supermarkt gesprochen. Ah, okay. Ach, sag mal, ich habe mich verlaufen. Ich laufe doch gerade auf dich zu. Äh... Hä? Äh, ich sehe dich, warte! Dreh dich langsam, hier! Ich springe! Ah! Äh, gewidde! Reichen die? Ich weiß es nicht. Ein Baum noch, ein Baum noch. Ach. Sechzehn Dinge. Ja, wir brauchen ja sowieso noch, wenn wir... Ähm... Andere Dinge tun, dann ist das nicht so schlimm. Ob wir die jetzt schlagen oder später, ist doch egal, oder? Ja. Hörst du mich noch, Larry? Ja, ich höre mich noch. 83, Alter. Ich bin glaube ich... Was war ich? 20 oder so? Ja, du hast einen zweiten Kassierer. Stimmt. So, okay. Wetter! Wetter! Also wollen wir nicht durch. Ja. Die armen Kühe, da wird die Milch sauer. So. Können wir das hier noch reinkippen? Aber leider nicht, ne? Na, egal. Ausschalten, so. Ach ja, ich kann ja... Ach, wir müssen ja noch einen Trog bauen. Und das Wasser... Ja, deswegen war es gut, siehste? Ja, wir brauchen ja... Äh, da lang. Dann werde ich die gleich mal da reinlegen. Dann kannst du da... Oh, was ein Wetter, ey. Guck mal da. Sag mir, wie viel du noch brauchst, ne? Einen Moment. Ähm... Und ein Wasserdruck. Und ein Wasserdruck. 16... Äh, 32 Stück. Äh, ich segel, ich segel, ich segel, ich segel. Äh, 16... Äh, 21 jetzt noch. Ja, aber guck mal, wie schändlich das jetzt schon aussieht. Oder? Bitte? Wie schändlich das jetzt schon aussieht, ne? Wieso? Mit den ganzen Baumstümpfen. Ja. Also ich würde schon gerne, dass die Bäume wieder nachwachsen wollen, ne? Eins, zwei, drei, vier... So. Du kannst den Parkplatz hinbetonieren. Ja, und ein großes Einkaufszentrum. Ach ja, ne Stadt gibt es, ne? Ne Stadt gibt es. Und die Pferde, ja weiß ich nicht, da sollen sie was geändert haben. Beim Trainieren und so weiter. Aber ob ich jetzt Pferde haben möchte, ich weiß nicht, Digga. Willst du Pferde nachher haben? Ich nicht. Was sind das hier für Äste? Oh, ach. Kann man die nehmen? Nein. Ja, ich habe noch mein Bäumchen geschlagen. Verstanden. So. Da ist ein Supermarkt Level 30. Oh! Guck mal hier. Swiftfuchs weiß es. Ja, die Stadt, so doll stell dir die nicht vor, du die Stadt. Ich kann, wir gehen ja nachher, könnten ja da dran vorbeilaufen. Allerdings nur mit der Waffe in der Hand, weil in der Stadt sind Wölfe. Noch mehr? Noch einen Stapel, auf jeden Fall. Oh. Okay. Ich glaube, der hier ist näher. Kriegen wir den noch? Den dürfen wir noch. Guck mal. Ach. Vor lauter Bäumen sehe ich die. Drücke E zum Zersägen, geht nicht. Okay, den darf ich eigentlich doch nicht sägen, oder was? Ah, den darf ich doch nicht. Guck mal. Das ist so ein Ding. Hier ist die Grenze quasi. Oh Mann. Das ist aber ätzend. Na ja, ein bisschen Wald haben wir denn noch um uns herum, was wir nicht sägen dürfen. Psst. So, einmal futtern, jetzt brauchen wir noch fünf Stück. Hm, ja, ich mach die letzten Stämmchen rein. Zwei, drei. Also die Pferde damals, wo die da waren, da habe ich sie nicht gemocht, weil bei einem der Wolf einen Haps und das Pferd war tot. Mhm. Und die waren so umständlich zu ähm, dressieren. Ne, wie heißt das Dressur, ne? Trainieren. Trainieren, genau. Also, so umständlich tatsächlich, das hat nicht wirklich Spaß gemacht. So, ausschalten. Also, ich werde mir Pferde zulegen, wenn ich alles andere habe. Wollte ich gerade sagen, dann ja, dann ja. Ja, 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 würde ich auch sagen. So. Ich habe jetzt den Tag 90 und 50.000 auf dem Konto. Ich weiß nicht mehr, wohin denn mit dem ganzen Geld. Wir sind bei Tags. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen die Eber hier rausnehmen, ne? Ja, wenn wir sie finden, ne? Was bist du? Schwanger. Hä? Warum hat die hier einen Schnuller? Weil das eine Dame ist. Ach, die, die, ja, und der hier? Äh, es ist nicht sicher. Kann sein, dass es ein Eber ist. Kann aber auch sein, dass die... Hier hat auch noch einen Schnuller. Ja. Der nicht. Also, das heißt, wir hätten drei Eber. Oh Gott, raus mit denen. Das ist schon zu spät. Das ist schon zu spät. Wenn die hier geworfen hat, die Mutter, dann werden wir die auch verwursten. Na, wie? Würde ich sagen. Ja. Wir kriegen Schweine ohne Ende. Hallo. Habe ich dir doch gesagt. Wir müssen die Eber hier rausmachen. Ach, gehts schon zu spät. Die sind jetzt alle schwanger. Ja. Äh, na wie? Ja. Die werfen Kinder. Ich habe doch gesagt, Schweine Explosion. Man darf aber da nicht zimperlich sein. Ich bin nicht zimperlich. Oh. Und geh hier weg, du darfst hier nicht rein. Spooky, was ist los? Dann sei nicht zimperlich, das geht nicht. Oh Gott. Aber jetzt sind sie noch zu klein. Zu klein, ja. Ja, ja, ja. Deswegen. So. Ähm, die Kuh schaffen wir nicht mehr. Schon halb acht. Mhm. Stimmt. Das Stall ist fertig. Ja. Äh, ja. Gut. Wollen wir mal zum Autohaus? Der hat glaube ich... Nein, wir gehen zu Fuß. Komm, wir gehen zu Fuß. Wir sind anständiger. Ja, okay. Können wir schon schlafen? Nee, vor 20 Uhr nicht, ne? Aber warte mal, um 16 Uhr gibt es Eier. Das heißt, ich gucke mal. Ja, ja. Da sind ganz schön viele Eier. Vier Stück. Ich mach mal. Oh, wir haben Kütten tatsächlich. Ja, schön. Wieso habe ich keine? Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Die haben Angst vor dir, Lavi. Wahrscheinlich. Also ich habe alle meine Hähne abgeschafft, weil ich keine Kütten bekommen habe und deshalb habe ich jetzt nur Hühner. Oh, guck mal, es schiebt sogar. Ich höre es sogar cheapen. Ja. Äh. Äh. Alle Wassertrüge füllen. So. Aber die füllen sich alle automatisch, ne? Ich weiß, ich weiß. Ja. Gut. Ähm. Immer unter den Wasserstrahl. Nicht dazwischen. So, jetzt kann man schlafen und am nächsten Tag, glaube ich, sind die Eber schon etwas größer. Das mit der Abholzbeschränkung finde ich gut, da man in echt auch nicht einfach beim Nachbarn abholzen kann. Ja, aber es ist tatsächlich, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass wir dann gezwungen sind, wenn bei uns kein Holz mehr ist, für müssen wir kaufen. Äh. Warte, ich gehe ins Bett, ich gehe ins Bett. So. Du wolltest doch auf die andere Seite, ne? Ja. Ich wollte neben. Also, die Seite. Guten Morgen, La... Geierplatz. Guten Morgen. Ich bin einfach zu langsam für diese Welt. So. Davi, wir machen uns gleich auf den Weg. Waffe in die Hand. Pistole. Laden. Es dauert ja mal ein bisschen, bis das so geladen ist. Land kaufen. Kann man Land kaufen? Nee. Nee. So. Ähm, ich würde sagen, wir gehen querfeldein oder was? Wer fällt ein? Da... Warte mal. Laden ist hier. Da ist der Laden. Wie gehen querfeldein? Komm. Ich habe ihn markiert. Kannst du die Markierung auch sehen? Nee. Aber ich weiß ungefähr, wo es ist. Mhm. Sie ist früher auf der, schon immer gewesen. Schon immer gewesen. Lavi war schon immer früher aufsteher. Früher. Früher war ich früher aufsteher. Kannst du die Meri mal fragen, wann ich jetzt die Zeit aufstehe? Oh, ich gehe über Berge. Das so gut ist? Oh ja. Passt schon, ne? Ich war auch früher aufsteher. Ja. Aber das war, als ich nicht immer noch bis frühs gearbeitet habe, mitten in der Nacht. Hepp, hepp. Komm schon. Ich sehe den Laden schon. Ich auch. Warte mal, dann kann ich doch auf der Map diesen Dings wieder ausmachen, ne? Ah, so geht das. Guck. Ah, jetzt habe ich den Revolver nicht mehr in der Hand. Nein, 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 nein. Nimm das Knällchen in die Hand. Hallo, Otto. So. Du ballerst, oder? Ja, aber da muss ich die... Ops. Dann nehme ich die Kuh. Ja. Ich muss den Revolver nehmen, weil der... Damit kann ich näher verschließen. Ja, doch. Also, wir brauchen... Achso, Moment, den Eimer müssen wir dann später holen. Weil ich kann entweder nur die Waffe tragen oder den Eimer. Genau. Aber die gibt ja heute eh keine Milch. Rindfleisch, ne? Eine Milchkuh, ne? Eine Milchkuh. Ja. 650. Ach, hier übrigens, wenn wir jetzt zum Beispiel Katze nehmen, warte mal. Ich habe die nicht da reingetan, geh weg. Da kann man keine auswählen. Nicht? Nein. Bei... Oder? Doch. Also, du kannst hier eine gestreifte, eine schwarze Katze, eine weiße Katze und eine gelbe, also orange, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und bei den Hunden kannst du... Was ist das? Ein Schäferhund und ein Dackel. Mhm. Und den Rottweiler. Und der Hund heißt Huhn. Der Hund heißt Huhn. Der Hund heißt Huhn, richtig. Warum der Hund Huhn heißt, I don't know. So, bei Kuh, warte mal, Milchbulle, Milchkuh, warte mal, gibt's da andere Farben. Wir geben eine weiße Milchkuh, nehmen wir, ne? Ich wollte gerade sagen, weiß, gefleckt und braun. Ja, wir nehmen eine weiße Milchkuh. So. So. Soll ich den Eimer auch gleich kaufen? Dann lassen wir den einfach stehen. Der wird ja nicht weg. Oder spawnt der weg. Ich glaube nicht, dass der wegspawnt. Wollen wir da einen Stahleimer, ne? Den großen, ne? Ja, ja, den müssen wir haben. Den großen Stahleimer. So. Der kleine ist nur für Ziegen. Und dann müssen wir ja nachher dann zusehen, dass wir Schweine verkaufen. Dass wir den Topf kaufen können. Genau. Und eine Herdplatte brauchen wir. Zum Kochen. Ach ne, wir haben jetzt einen Herd. Schon gut. Schon gut. Ja. So. Nein, nicht zurück. Geh doch da rein. Geh doch. Warenkorb. Bezahlen. So, jetzt sind wir pleite. Jetzt komm schnell. Ich komme. Ich fliege ich eile. Lassen wir auf. So. Gut. Jetzt ab nach Hause. Komm Kuh, wir gehen. Wie war das mit dem langsam gehen? Oh, der P. Ne? Ich weiß es nicht. Ich hab das noch nie probiert. Alles O? Nein. Was war denn das langsam gehen? P. Als jemand, was das langsam laufen war? Ähm. Ähm. Ah ja. Ähm. Ähm. Ne. Äh. Äh. Ja. STRG. Strong. Steuerung. Ah. Okay. Ja gut. Dann schafft die das auch. Ich brauche den schnelleren Gang. Für den Fall. Für den Fall der Fälle. Ja, ich kann die Kamera leider nicht drehen. Ich laufe hinter der Herr und sag dir dann, ob sie verloren hast. Ich muss mal gucken. Ich stehe morgens schon um vier auf, weil ich nicht mehr lange schlafen kann. Na, das ist doof. Jeden Tag um drei Uhr. Ja, du hast die Tiere zu versorgen, äh, Dani. Das ist ja klar, da musst du ja auch. Kann ich über die Straße gehen? Nee, jetzt nicht gerade, ne? Nee. Äh. Wie sieht's hinten aus? Alles gut. Jetzt kannst du gehen. Komm mal mit, Kuh. Wir gehen jetzt hier einen schönen Abhang runter. Ich hoffe, du überlebst. Oh, hier geht's, oder? Das dürfte die Kuh auch schaffen. Ja. Hat eben auf der Straße tatsächlich Klack-Klack gemacht von den Hofen. Habe ich nicht gehört, tatsächlich. Obwohl ich ja eigentlich... Ah, vor euch ist das Spiel doch laut genug, oder? Eine Kuh macht Mühe, viele Kühe machen Mühe. Und dann müssen wir ja auch noch das Zeug kaufen, was da reinkommt von der Milch, ne? Also, nur Eier. Also, wir müssen doch keinen Blauschimmelkäse machen und Weissschimmelkäse. Müssen wir nicht, aber können wir. Rennen wir, ja. Gibt mir Geld. Nur zuerst würde ich sagen, machen wir Eier rein. Erstmal nicht, ne? Also, Eier rein. Ja, genau. Zuallererst machen wir mal einfach nur Käse. Genau. Der bringt 60. Und aus so einem Eimer kommen zwei Käse, oder? Einer. Ein Käse aus einem Eimer. Im Moment, stopp. Aus... Halt, stopp. Wir brauchen doch die Kanne. Ja, ja. Sag dich doch. Oh. Oh. Die Kuh gibt sieben Liter. Ja. Zweimal am Tag, also 14 Liter. Und aus sieben Liter gibt's einen Käse. Also aus einer Kanne zwei Käse. Ja. Und ein Eimer bringt also fast sieben Liter. Mhm. Aber sie hat einen schönen Gang, ne? Ist nicht mehr so schlimm wie früher. Sie hat echt einen schönen Gang. Der Hund noch da? Ich sehe gerade nicht. Ich auch nicht. Ja. Hallo. Ach, ich muss die... Die Waffe weglegen, ja. Ups. Bin ich ein bisschen schnell gewesen, glaube ich. So. Freilassen. Esmiralda, dein neues Zuhause. So. Was sagst du dazu? So, die... Warte mal, ich geh mal da rein. Oh weia. Die Muttersau ist schon wieder schwanger. Das heißt, die können wir jetzt... Die Babys auch. Ja, aber die... Die können wir jetzt aufs Auto packen und... Grit vorwarnen. Grit schläft. Hoffentlich. Okay. Weil das geht nicht. Das wird zu viel. Das wird echt zu viel. Ich guck nicht hin, denn das ist am besten, glaube ich. Huch. Ich wollte ja aussteigen. Da steht ein Zaul da, wie du musst außen rum. Nee. Ach, Mensch. Warte mal. Dieses... Geh weg. Das ist gefährlich bei mir hier. Ich merke das. Ach, du stellst dich so davor und dann... Ja. Ah, du beschlaun eine, du. Dann rein. Hey. Oh, der hat... Oh, Schweinchen. Komm her, hier. Du bist abgehauen. Ah. Komm mal hier rein. Geh zu. So, komm mal hier. So. Was sieht hier aus? Jetzt ist es drauf. So. So. Ich guck weg. Das machen wir nicht hier bei den... Ach, ja. Dürfen wir nicht. Stimmt ja. Stimmt ja. Stimmt ja. So. So. Ja. Das war das Wort zum Sonntag. Also. Weggucken. Weghören. Weghören. Weggucken. Oh, und zu. Augen zu. Das war daneben. Ja. Zuerst. So. Ich komme mit... Ah. Ich komme mit dem Kanister. Wir brauchen, glaube ich, nochmal so einen zweiten, oder? Ja. Nein. E. 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 Ja, da müssen wir das. Das geht so nicht. Sonst kriegen wir hier echt Probleme. So. Das gehen wir jetzt verkaufen. Oh. Ähm. Hallo. Ding, ding, ding. Können, glaube ich, nicht alles wieder nehmen, ne? Ja. Ja, wir hatten ja Wildfleisch drin. Das heißt, drei Stöcken. Ach ja. Die übrig bleiben. Die legen wir dann einfach so drauf. So. Und... So. Vier Stöcken sogar. Warte. Vier sogar. Mhm. Mhm. Und dann gab's ein bisschen mehr als. Ja. Okay. Und wenn wir dann nachher Fleischwolf haben und solche Sachen, dann werden wir das natürlich verarbeiten. Mhm. Also es gab tatsächlich äh 24, 26 Fleisch von dem. Ja, genau. Wein. Also... So. Ja, wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt äh noch mehr Boxen haben. Das ist leider... Mittlerweile fassten die Boxen statt 12 schon 24. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir brauchen trotzdem noch mindestens zwei Stück. Mhm. Mhm. Du wolltest auch schon immer mit Baumstämmen auf der Schulter durch die Gegend laufen? Auf Andrinas Discord-Channel findest du im Kanal von Rentschimulator einige Infos zum Spiel. Schau vorbei. Links... Na ja, äh... Und werde Teil der Community. Jetzt habe ich Textaless Spruch so kaputt gemacht. Oh. Weil ich navigieren wollte. Falls du noch mehr sehen möchtest, schau auch gerne mal bei Andrina auf YouTube vorbei. Jawoll. Also hier ist statt viele Dinge... Wenn man die Dinge nachher auch noch benutzen könnte, diese ganzen Läden. Das wäre ja schon cool, ne? So. Dann geh mal verkaufen. Ich geh mal verkaufen. Open. Also heute wäre Wildfleisch... Oh, kriegen wir doppelt. Ne, 1 x 1,6. Käse, Weißschimmel und Hühnerwurst. Ne, Hühnerwurst haben wir nicht. Okay, warte, warte. An den Tresen. Wildfleisch 2. Okay. Alles verkaufen. Tada! Ich glaube, dann können wir schon mal wieder beim Dings einkaufen gehen, für das Kochen und so. Moment mal. Ähm. Was? Boah, wir hatten... Ach ja, stimmt. Wir haben 828 bekommen und hatten fast alles ausgegeben. Ja, ja, wir hatten ja alles ausgegeben, tatsächlich. Ja, ja. So, jetzt dann zum Laden. Ach so, Moment mal. Wir verkaufen wieder ein bisschen Öl. Wie wäre das denn? Oh ja, Öl müssen wir auch noch. Meinst du, dass da schon was durchgelaufen ist? Ja. Okay. Das. 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 Das.